k hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Fall bei Minecraft und wie jetzt so ist schon wieder der erste Zombie gestorben und ich würde sagen diese Folge machen wir wieder am Hausbau weiter und eigentlich bräuchten wir jetzt noch Ziegel also Steine das sind nur Bruchsteine hier haben wir noch zwei Stück die setzen wir mal jetzt hier hin und ach das ist mein Feld kaputt gegangen und dann gehen wir jetzt mal ein bisschen Steine abbauen dass wir wieder ein bisschen Stein Ziegel bekommen so eigentlich könnte ich jetzt auch mal die Höhle erkunden vielleicht finde ich da ja Eisen aber wir oh mein Gott Creeper 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 bleib auf der Abstand Creeper der macht oh mein Gott oh mein Gott das sind Gründe wieso ich Creeper hasse jetzt habe ich ein Skelett jetzt habe ich ein Skelett und da ist Eisen Woll ich wackeln? Nein, hab ich nicht. Schnell abbauen. Ich müsste mir eigentlich mal ein bisschen die Helligkeit hochstellen. Aber das mache ich hier in der nächsten Folge. Oh mein Gott. Ich baue mir hier jetzt nur Eisen ab, weil ich mir ein Eisenschwert craften möchte und einen Eimer brauche, um mein Feld weiter auszubauen. Ich gehe hier lieber mal mit Schwert vor und sneake. Wo ist er? Ach, hier ist keiner. Gut. Kohle können wir auch gebrauchen, dann sind die, glaube ich, über uns. Oh mein Gott. So, hier war alles. Jetzt aufpassen, nicht ins Loch fallen. Und... Ab, raus. Ich habe nämlich keine Lust auf Bekanntschaft. Irgendwo hier oben in dem Berg muss noch eine andere Höhle sein, weil ihr habt es ja gehört. So, jetzt haben wir zumindest Eisen. Dann machen wir uns jetzt ein bisschen Eisen und... Toll, jetzt habe ich mir keine Steine geholt. Da mache ich mir gerade mal eine Fackel. Stacks habe ich keine mehr und... Dann machen wir uns schnell welche. Dann mache ich mir eine Fackel und dann kann ich in die Höhle rein. Da haben wir schon unsere ersten drei Eisen. Ich würde sagen, die Hälfte reicht erstmal... Oder nee, da reicht nur eins, weil... Da reicht nur eins, weil... Da braucht man eigentlich... Braucht man dafür nur... Also man braucht... Man kann mit einer Kohle acht... Rotstoffe, glaube ich, brennen. Da will ich jetzt nicht runtergehen, weil ich da hoffenweise Monster höre. So. So. Wie viel haben wir jetzt? 44, ja, das reicht. Gehe ich wieder hier raus. Das mache ich mir vorher auch mal ein bisschen anders. Haben wir zumindest mal einen ordentlichen Eingang. Also ist nicht ordentlich, aber geht. Das Eisen ist fast fällig. Solange machen wir... Uns den Boden. Ach, das kann ich jetzt nicht abbauen, weil ich den Netz. Egal, wie man hier dieses Pferd verletzen ist. Dann baue ich das Feld um. Und mein Pferd ist kaputt. Ich könnte eigentlich jetzt mal hier das nachlegen. Weil jetzt verbrennt sich gleich die Holzachse. Dann geht das schon. Dann mach ich das mal Eisen. Na komm, dann kann ich gleich die Steine hinterher tun. So, und zwei davon haben wir, dass das dann erst mal reichen. Ich werde aber schon noch einen Balkon da ransetzen. Aber erst mal muss ich hier unten alles fertig kriegen. Und dann eure Koden tue ich dann nicht mehr auf das Bett. Dass hier oben, äh, hier unten nicht so ein kleiner Empfang ist. Und oben dann halt alles andere. Jetzt haben wir schon mal aufs Grube den Boden. Ich mach erstmal unter den Küsten was. Und wir haben keine mehr. Steine haben wir wieder welche. Ach, was soll ich denn jetzt machen? Und setzen wir die gleich ein. Ich überleg nämlich gerade, wie ich das mach. Weil ich plan schon mal für oben voraus. Dass ich ungefähr... Warte, wie groß ist das? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Würde ich sagen, dass wir zwei Blöcke jeweils freilassen. Also, dass es drei Block breit wird, der Balkon. Oder fünf Block breit, weiß ich noch nicht. Muss ich hier mal gucken, wie es besser aussieht. Aber das ist halt überall. Da haben wir die nächsten. Und es wird Nacht. Vielleicht haben wir uns auch perfekt vor den Monstern geschützt, dass zumindest keine mehr reinkommen können. Wir brauchen nur noch einen Stein, weil dann können wir hier an der Seite nicht mehr reinkommen. Und dann können wir uns höchstens Bogenschützen treffen. Aber das ist ja unwahrscheinlich. Ja, da haben wir es. Eins, zwei, drei, vier. Und wir sind sicher. Geh schlafen. Und jetzt sehen wir hier draußen. Keine Monster. Das ist merkwürdig. Ich sehe hier ja noch nicht mal einen Creeper. Wo sind denn die alle hin? Monster habe ich an, oder? Ja, die habe ich an. Wieso sind denn hier keine Monster? Merkwürdig. Dann gucken wir mal. Dann machen wir schnell den Ausgang, dass sie schnell rauskommen. So, wo sind denn hier die Monster? Ich finde... Die Schritte habe ich gerade gehört. Oh, Kies. Ja, Skelette. Ich höre ein Skelett. Ich gehe mal hier wieder raus. Und die Kies werde ich jetzt so lange abbauen, bis ich Splitte habe. Und dann habe ich zumindest ein paar Pfeile. Ach, das ist einfach eine große Höhle. Wahrscheinlich geht die auch noch hier unten unter meinem Haus durch. Dass die dann mit dem Eingang verbunden ist. So. Ähm. Esse ich mir noch was? Ich habe hier noch ein Holzschwert. Damit könnte ich mein Essen ein bisschen braten. Dass meine ganzen Holzsachen erstmal verbrauchen. Die ich nicht mehr brauche. Was brauchen wir denn noch? Schwert haben wir. Ähm. Steine. Haben wir noch Steine bekommen? Nee, haben wir nicht mehr. Dann würde ich sagen, machen wir uns mal eine Spitzhacke aus Eisen. Aber die werde ich jetzt noch nicht benutzen, weil die mir noch zu wertvoll ist. Und ein Schwert. Rüstung werde ich mir noch nicht aus Eisen machen. Weil dafür haben wir noch zu wenig. Ähm. Da muss ich halt Kohle mal benutzen. Ach, jetzt wollte ich den. Ach, ich bin schon dämlich. So, das brutzelt hier jetzt schon vor sich. In der Zeit fangen wir das mal auf. Oh, man muss es nämlich mal an Kies-Splitte geben. Da haben wir schon einen. Oh, jetzt. Jetzt haben wir keine Stacks mehr. Jetzt haben wir Stacks. Federn haben wir jetzt. Haben wir alles an, dann fehlt uns Federn. Das ist bewundernswert. schnell nachlegen, bevor es ausgeht. Und ach, was soll's. Ich tu mir die noch rein. Machen wir uns hier nochmal ein paar Steine. Habe ich eine Axt? Nein, habe ich nicht. Aber das ist nicht schlimm. Dann gehen wir jetzt und uns ein bisschen Holz abbauen. Boah, ich habe gerade gedacht, das wäre irgendein Creeper oder so. So, da haben wir Birkenholz. Fangen wir gleich den Boden weiter. Hier unten schon fast den Boden fertig bis auf unsere eine Stelle hier. Da könnten wir uns eigentlich schon gleich Treppen machen. und zwar dahin, dahin, dahin. Ne, ich mache das Nummer 1 versetzt, weil dann könnte ich das theoretisch... Ne, ich mache das anders. Ich mache das komplett anders. Ich baue das nicht dahin, sondern hier wäre es eigentlich perfekt, weil da würde es auch nicht das Fenster stören. Dann baue ich gerade eine Dito und alles hier ab. Dann müssen wir hier hinsetzen, dann haben wir hier eins, dann haben wir hier das Fen... Wie mache ich denn das jetzt? Ähm... So. So. Ach man. Und... Das gibt's noch nicht. Und so. So, dann nehmen wir das. Das geht doch. Dann muss ich mal gucken, ob das geht. Wenn wir die Kiste... Ja, das kann man immer noch öffnen, das ist gut. Dank dem Spielfehler. So. Das brauche ich auch nicht. Und dann können wir schön hier hoch und haben dann noch genügend Rohstoffe zum Bauen unten unter der Treppe. Ne, ich hab... Scheiße. Ich hab das eins zu tief gebaut. Das muss ja eins höher. das muss anzuhören, weil es sonst vom Optischen ein bisschen nehmig aussieht, wenn die Decke nur zwei hoch ist. Ne, da brauchen wir das ja gar nicht abbauen. und dann lasse ich meine Struktur dann nehm ich einfach nur hier die Treppe und den Stein und mach einfach rum. Mal 16 Steine. doch, ich mach das so. Jetzt muss ich grad noch an die Kiste, vielleicht komm ich da dran. Ach. so, ich denk wir machen das nur drei groß, den Balkon. Weil sonst wird mir das der Balkon echt zu riesig. Wir bauen noch zwei, vier, sechs Steine. Dann können wir da schon mal anfangen. Das setzen wir so. Alter, ich hab mich schon wieder verbaut. So, jetzt aber. Das setzen wir so hin. und dann kann man dann hier am Balkon dann hier so raus. Es wird schon wieder dunkel. Alter. Den Bogen nehm ich mir mal mit. Kürbis brauche ich nicht. Schlafen kann ich auch noch nicht. Dann brauche ich morgen, wenn ich gleich wieder aufwach, das ab. Oh nein, ich bin rausgefallen. Eigentlich könnte ich die mal ausziehen. So. Und dann geh ich schlafen. Und verabschiede mich auch für diese Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. 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 Bis zum nächsten Mal.